Aber hat's geschafft? I'd like to say it's great to be working with such a fine crew. The voyage ahead is not going to be easy. It's going to take skill, endurance, and most of all, teamwork. First, I thought we'd assign some duties. What is it we were suckered into doing again? I made a list. Suckered is right. I don't see what the big deal is with rescuing the governor. She can clearly take care of herself. The way I look at it, we got this great ship. Well, we got a ship. Why don't we kick back, tie a rope to the wheel, and cruise for a while? I could use a little work on my tank. Come to think of it, I have been a little stressed out lately. I could use a rest. Then it's decided. We cruise the Caribbean. Ah. I'm doomed. There's an old dusty book inside. Let's see what it is. Dimmstil. It's made. Must be dealer from. It seems to be locked up tight. It looks like an empty chest. It says, Captain's Log, March 10th. First mate Toothrot and I have been searching for Monkey Island for over a month with no success. The directions we purchased on melee proved to be a recipe, not a map as we had believed. Captain's Log, March 12th. I wish Toothrot would take a bath. Captain's Log, March 17th. I wish Toothrot would stop snoring. Toothrot is really starting to get on my nerves. I figure it's only a matter of time before we come to blows. Captain's Log, April 2nd. As a gesture to restore our friendship, Toothrot offered to fix dinner tonight. Captain's Log, April 3rd. I don't know how we did it, but we've arrived at Monkey Island. Both Toothrot and I passed out from the soup he fixed last night. When we awoke, Monkey Island was sitting off the bow. Captain's Log, April 4th. Toothrot and I filled the robot with supplies and are ready to set out to Monkey Island. We are both excited at the prospect of being the first civilized people to learn the secret of Monkey Island. Captain's Log, April 5th. We had to turn around and return to the ship. Toothrot forgot to go to the bathroom before we left. We'll set out again tomorrow. And that's the last entry. It looks like a ballpoint feather pen. Grab it. Und die Tinte bitte auch. Zack. So. So genau. Mehr gab's hier nicht. Dann gab's unter Deck noch eine Küche. Da müssen wir auch noch hin. Während die Truppe hier... Im Originalspiel hält er hier in seinen Haken so einen kleinen Alu-Spiegel, damit er unten am Kinn etwas gebräunt wird. Hmm? Smells okay. Mmh. Ch so isy. Äh. Mmh. So, die brauchen wir auch Zack Eigentlich müssen wir jetzt noch unter Deck Ich gehe zur Luke da Genau So, und so, was haben wir denn hier? Mhm So, dann mach die mal auf Hast du auch? Ja, hast du So, dann Dann, grab it, mein dear So, wir öffnen die Truhe. Untersuchertruhe. Sehr schön. Genau, jetzt durften wir eigentlich alles haben. Und hier müsste dann die Küche sein. Genau. So, hier nehmen wir uns erst mal einen Topf. So, hier haben wir einen großen Topf. Looks like you're one of the mill ship's cooking pot. So. Ach stimmt, da war ja noch was. Äh. Öffnen. Great. A toy prize inside. Genau. Damit kriegen wir jetzt nämlich die... War das der Schrank? Es scheint, dass er sich festzuhalten wird. Ich glaube, das war der hier. So, äh, benutze... Äh, mit... Schrank. Ha! Es sieht aus wie ein sehr schweres Metallschrank. Ja, dann öffnet das Ding. Äh, das wäre mir neu. Äh, das wäre mir neu. Äh, das wäre mir neu. Hey, schau, ein Stück Papier. Und ein paar Zinnemonstick. Hast du die jetzt auch? Ja. Okay. Äh, mehr war ja auch nicht. Der Schrank ist empty. Naja, dann haben wir es doch. Genau. So, und jetzt können wir uns nämlich dieses Ding hier auch mal angucken. Dieses Rezept. Direktions to Monkey Island. Preheat pot to 450 degrees. Add the following ingredients. One cinnamon stick. Four leaves of mint. One human skull. Pressed. One squirt squid ink. Two pints monkey blood. Mmm. One live chicken. Three ounces brimstone. One or more of the following. Pyridoxine hydrochloride. Zinc oxide. Yellow 8. Mine mononitrate. And BHA. Let bubble over a low flame until thickened. Serves crew of four. Hm. Wie immer müssen wir natürlich bei sowas improvisieren. Ist aber nicht so das Problem. So die Luke. Genau. Zack. Zack. Jetzt müssen wir eigentlich bloß alles noch in den Topf reinhauen. Und zwar, äh. Benutze Zimtstang mit Kochtopf. Ich liebe Zimtstang. Dann haben wir... Benutze... Benutze... Hmm. Fangen wir oben an. Fangen wir oben an. Das Chicken brauchen wir. Fangen wir mal hier. Gut, dass ich ein Millionen von diesen habe. So. Benutze... Hmm. Ein rubberer Chicken mit einem Pulli in der Mitte. Welchen möglichen Use könnte das haben? Ging doch nicht. Okay. So. Müssen wir da die Wein noch reinkippen? Das sollte genug sein. So. Doch wir müssen noch ein Hähnchen reinmachen. So. Es war nicht mehr Zeit, dass ich dieses wertvolle Artifakt rauskriege. Aha. Jetzt machst du... Tch. 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 Benutze... Tch. Was haben wir vergessen? Tch. Ach, die Tinte. Tch. 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 Oh, ich denke, ich bin... ...dissiert. Überrascht durch die Füllen und Stentsch... ...Guybrush schnell verletzt die Bewusstsein. Nachdem später die Voodoo-Spelle zerbreitet... ...ein unbekanntes Schiff... ...ein unbekanntes Schiff... ...und auf... ...sie mysteriöse Voyage. ...dais pass. Oh, ich fühle... ...awful. ...und jetzt... ...und jetzt... ...das kennen wir ja schon... ...benutze... ...ein... ...ein... ...die... ...mit... ...Kanone... ...zack. Das ist ja sehr, sehr lang. Ähm... ...die... ...ah, stimmt, wir brauchen hier noch etwas... ...warte mal... ...und so... ...und... ...und jetzt abgeht... ...und jetzt... ...und jetzt... ...und jetzt... ...und dann... Nee. Hä? Brauchten noch ein Stück Kohle. Hm. Ging das ohne Kohle? So, benutze. Hm. Ach, nee. Nee. Okay, Luca. That doesn't seem to work. Hm. Zack. Nimm. Fässer. I'll take some more. Stimmt, das haben wir ja in den Kochtopf geschmissen. So, ähm, benutze. Ähm, mit Kanone. Es ist kein Platz hier, um die Pfeffer zu setzen. Nichts, es ist etwas Besonderes. Ach, Kanonenrohr. Natürlich. So. Benutze. Das kennen wir ja schon. Na dann. Das bräuchte doch noch Kohle. Hm. Nice and hot. Aber irgendwie hat man doch hier die Kohle genommen. Ich weiß, man hat da so ein Stück Kohle genommen. Autsch, das ist hot. Ja, das hat Feuer so an sich. Aber irgendwie... Ich bin verwirrt. Was anderes zum Anziehen haben wir ja hier nicht. Hm. Ach so. Ah, stimmt. Ich hab' mich noch mal anders an. Genau. Benutze. Direktions to Monkey Island. Preheatpot to... Nein. Benutze. Hä? Direktions to Monkey Island. Moment, benutze. So, dann das Feuer. Autsch, that's hot. B. Schiebe. Gib. An. Autsch, that's hot. Äh. 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 Benutze. Direktionen zu Monkey Island. Preheatpot zu 450 Grad. Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Also ich weiß, dass man hier irgendwie sich noch Feuer holen muss, weil man muss ja das Ding anzünden. Andersrum. Hä? Ja, eben. Wie ging denn das? Das sind dann die Stellen, wo ich dann sage, mein Gedächtnis ist doch etwas zu schlecht. Hier noch irgendwas? Das sind nur old, Rusty Trunks. Das sind die Kegs von Gunpowder. Ich werde noch mehr nehmen. Hm. 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 Nee, man hatte hier irgendwas angezündet, das weiß ich noch. Aber war denn das nicht das Rezept, was sollte man denn dann... Also man muss ja das Feuer irgendwie transportieren können. So, ist ja logisch. Deswegen... Das war's. Die Karte. Nicht das Rezept, die Karte. So. Jetzt benutze bitte mal... Das Feuer mit der Lunte. Mit benutzten... Den... It's much too dangerous to climb out there for no reason. Ah. Okay, das ging so nicht. Hm. Benutze... Seil mit Kanone. Katsching. Habe ich jetzt eigentlich noch... Das ludernde Feuer habe ich noch. Äh... Es... Diese Steuerung ist echt beschissen. Die haben so richtig schön Scheiße hingekriegt. So. Äh... Luke. Luke. Los geht zu Skywalker. So. Äh... Äh... Nimm... Fass. Ich nehme etwas mehr. Ich nehme etwas mehr. Ich nehme etwas mehr. Wohin. 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 Wohin... Wohin.